Die Corona-Impfung ist der wirksamste Weg, die Pandemie endlich beenden zu können. Alle zugelassene Impfstoffe sind hochwirksam und schützen vor einer Infektion beziehungsweise einem schweren Krankheitsverlauf. Dennoch kann es aber zu sogenannten Impfdurchbrüchen kommen. Bereits Geimpfte können das Virus auch weitergeben. Wissenschaftler aus den USA und Großbritannien haben nun untersucht, wie ansteckend Geimpfte wirklich sind. Demnach kann die Viruslast bei Geimpften genauso hoch sein wie bei ungeimpften Delta-Infizierten. Auch Daten der USA-Seuchenschutzbehörde CDC kommen zu einem ähnlichen Schluss. Auch vollständig geimpfte Menschen mit Durchbruchsinfektionen der Delta-Variante können das Virus auf andere übertragen, so die Einschätzung der Experten. Allerdings seien diese Fälle selten. Ungeimpfte Personen würden nach wie vor die größte Gefahr darstellen. Die neuen Daten beziehen sich auf die Delta-Variante des Coronavirus. Bei Alpha wurden bei Geimpften noch deutlich weniger Viren nachgewiesen als bei Ungeimpften. Eine Studie aus Singapur macht hingegen aber Hoffnung. Demnach sinkt die Viruslast bei bereits immunisierten Personen doppelt so schnell als bei Ungeimpften.